Boxen gehört zu den beliebtesten Sportarten in Deutschland. Warum sehe und höre ich kaum etwas? Mit Sven Elbir definieren wir einen Boxer und das Event Box Camp völlig neu. Einen Kämpfer aus Berlin mit türkischen Wurzeln, der sich hart und fair nach oben kämpfen wird. Wir haben jetzt ein schönes Set aufgebaut mit ganz viel Neon, was quasi sein erster Auftritt ist. Sieht so aus wie ein Gang, aus dem er rausgelaufen kommt, in die Arena. Fotoshootings hatte ich jetzt schon ein paar, aber so in der Hinsicht noch nicht. Also ich denke, da wird jetzt was Neues auch mit dabei sein. Ich bin gespannt. Man versucht in der Regel einfach sich auf die Athletik zu konzentrieren. Das macht man mit klassischem Licht von der Seite, Licht von oben. Das Event des Boxsports, alles was drumherum ist, denken wir neu. Und deswegen hört ihr noch von uns.